So, herzlich willkommen. Heute, an dem Tag, wo das Video hochgeladen wird, ist ja wieder Schwendtag. Und da Gott gesagt hat, Lachen ist gut für die Seele und Schwendtage die Tage der Entspannung sind, gibt es in diesem Format immer unterhaltsame Videos und heute geht es um Lachflashs in der Schule. Es gibt natürlich extrem viele Momente in meiner Schulzeit, wo ich extrem lachen musste. Und heute ein paar Beispiele. Am Ende des Videos möchte ich noch jemanden grüßen, einen meiner Abonnenten. Und ja, also hier ein paar Situationen, die mich wirklich köstlich amüsiert haben in der Schule. Die waren einfach extrem lustig. Okay. Und zwar kommt der Schüler in die Klasse hinein und zwar zu spät in den Unterricht. Dann fragt die Lehrerin, wo warst du? Dann sagt er, nicht in der Klasse. Dann sagt sie, und warum kommst du so spät? Und dann sagt er, ja, weil ich nicht in der Klasse war. Und dann sagt sie, ja, und warum warst du nicht in der Klasse? Und dann sagt er, ja, weil ich nicht pünktlich bin. Zur selben Lehrerin, ja, bei derselben Lehrerin, fragt die, fragt sie den Schüler, warum passten du nicht auf? Und dann sagt er, ja, weiß mich nicht, juckt man. Oh Mann, also, also nichts ging diese Lehrerin, ja, ich liebe diese Frau, aber es ist halt so lustig. Okay, nächstes. Bei einer anderen Lehrerin in Geschichte, da sagte sie, also als nächstes kommen wir zur Ständeversammlung. Und dann sagt der Schüler, äh, Ständeversammlung. Und dann sagt sie, du machst das Ständeversammlung, Stände, weißt du was, kauf dir eine Brav und werd glücklich damit. Und dieselbe Lehrerin hat dann später gesagt, ähm, also wir Lehrer, wir leben ja von den Steuern eurer Eltern und wir bekommen das Geld bezahlt oder nicht. Auch wenn wir, egal ob wir unsere Arbeit machen oder nicht, ja. Also, wir bekommen das Geld bezahlt, egal ob wir die Arbeit machen oder nicht, ne. Und das ist uns auch recht, weil ich muss dieses Arbeitsblatt für euch nicht machen. Das mache ich jeden Sonntag extra für euch, aber wenn es keinen Sinn macht, dann mache ich das Arbeitsblatt nicht. Dann schaue ich am Sonntag lieber Tatort. Dann lachen alle. So, und dann kommt der Montag und dann fragt der Schüler, und wie war Tatort? So, dann der Englischlehrer. Ich werde diese Rede nie wieder vergessen, am Anfang, am ersten Schultag, sagt der Lehrer. So, jetzt zeige ich euch mal ein paar Regeln, beziehungsweise Erpressungen. Dann haben wir eine Menge Spaß, zumindest ich. Und dann erzählt er halt die Regeln, wie zum Beispiel, wenn man die Hausaufgabe vergisst, muss man sich dreimal abschreiben. Und wenn man es nicht sagt, es verheimlicht, dann muss man sechsmal abschreiben, als Beispiel. Und er hat keine Freunde, hat er gesagt. Und wenn er ein Problem hat, dann klärt er das draußen mit dem Schüler auf dem Parkplatz. So, ne? Und wenn Leute zum Nachsitzen kommen, weil sie die Hausaufgaben nicht haben, dann ist er froh darüber, dass immer Leute zum Reinkommen, weil er hat ja keine Freunde. Oh Mann, ich werde diesen Mann nie wieder vergessen. Der war so lustig. Und dann hat er auch erzählt, ähm, hat er auch erzählt, dass, ähm, äh, genau, dann hat er dann, dann hat er irgendwas erzählt, irgendwas, ähm, in Mathematik. Und dann sagt er ein Schüler, ja, sie hätten Mathelehrer werden können. Und dann sagt er, oh, was hätte ich alles werden können und wo bin ich gelandet? Ah, und, ähm, und das war's noch für Lust. Dinger war, eine Lehrerin war mit ihm verheiratet in der Schule, äh, und dann, äh, kommt der Schüler von draußen rein und dann sagt dieser Schüler, äh, zum Lehrer, ich hab ihre Frau gesehen. Sie war unten. Und dann sagt er, das macht's nicht besser. Oh, Mann, das war einfach Beste. Okay. Dann, in der Hauptschule, da ging's darum, dass wir lernen sollen, wie man einen Kreis zeichnet ohne Zirkel. Mittelfinger auf das Papier, das Papier dann drehen und mit anderen Fingern den Stift halten, sodass sich dann ein Kreis daraus bildet, wenn man das Papier dreht. Dann fragt die Schüler, und wo brauchen wir dann noch einen Zirkel? Oder, wir sollen eine gerade Linie zeichnen ohne Lineal? Und dann, und wie geht das? Wird dann gefragt, dann sagt er, ah, ich weiß es, Augen zu und dann, und, ähm, dann sagt der Geschichtslehrer, und wie das alles war und wie das alles passiert ist und wie das alles zusammenhing, sagt der Schüler, erfahren Sie nach der Werbung. So, dann einmal, ähm, war die Klasse total laut in der Grundschule, hat alles durcheinander geschrien und, dann habe ich, ihr glaubt, mich beliebt machen zu können, indem ich mich einfach rausstelle und, äh, schmiere stehe, ne, und, dann die Schüler waren, wenn der Lehrer kommt und die Tür habe ich aufgelassen, ich habe die Tür aufgelassen, während die Klasse extrem laut war, muss ich das mal vorstellen. Und, dann kommt der Lehrer, dann renne ich in die Klasse rein, der Lehrer kommt, der Lehrer kommt, damit alle leise sind, und dann kommt der rein, der Lehrer, und sagt dann, ja, das macht aber irgendwie keinen Sinn, wenn, wenn die Schüler total laut sind, ein, ein Schüler steht draußen, wartet, bis der Lehrer kommt und warnt die Schüler, dass sie leise sein sollen, wenn er reinkommt, aber der Lehrer weiß, dass die Schüler laut waren, weil die Tür war ja offen, deswegen hat er alles gehört. Und, und, dann hat er gefragt, wie viele Klassen wir haben in der Schule und dann hatten wir elf Klassen und dann sagt er, stellt euch mal vor, elf Klassen würden die Tür aufreißen und Oh Mann, das war einfach, das war so lustig, das war so lustig, das war einfach zum Schreien. Okay, dann das nächste, mein Klassenlehrer hat gesagt, dass ein Schüler ihm einen Kaffee holen soll aus dem Automaten, schickt den los, da holt der Schüler einen Kaffee, dann fragt ein anderer Schüler, muss der jetzt wirklich einen Kaffee für sie holen, extra? Da sagt der Lehrer, bist du deppert? Dann erscheine ich in der Zeitung, den Kaffee kann ich maximal dem Klassensprecher geben. So, und dann, dann kommt er, und dann kommt der Schüler zurück, mit dem Kaffee in der Hand, gibt den Kaffee dem Lehrer und dann gibt der Lehrer den Kaffee wirklich dem Klassensprecher weiter. Oh Mann, das ist so lustig. Oh mein Gott. Und in derselben, sorry, das ist einfach zum Schreien. Das ist so lustig. An derselben Schule sagt der Lehrer, ich werde zu diesem Lehrer noch extra Videos machen, weil das ist der allerbeste von allen. Aber der gestikuliert extrem vieler, weil er so charismatisch ist. Und deswegen kann man das nicht in diesem Videoformat ja machen. Das muss ich mit einer extra Kamera machen. Aber, also das, was er bei der Stelle gesagt hat, war, also da sagt der Schüler, also beziehungsweise sagt der Lehrer zuerst, ich werde es niemals verstehen. Die Schüler, die es nicht nötig haben, machen alle ihre Hausaufgaben, aber die Schüler, die es nötig haben, die machen ihre Hausaufgaben nicht. und eines Tages werde ich dieses Rätsel lösen. Und dann sagt der Schüler, ich kann ihnen erklären, wie das zustande kommt. Dann sagt der Lehrer, okay. Dann erklärt das der Schüler länger mal breiter. Und dann sagt der Lehrer, soweit war ich auch schon, danke. Dann mein Kumpel, Alex, aus der Hauptschule, da hat er gesagt, zum übergewichtigen Mädchen, hey, ich weiß, warum der Bus zu spät kam, weil der Bus hatte Übergewicht, wegen dir. Und dann sagt sie, du bist so hässlich, dass der Boden schöner als du. Und dann sagt er, hey, der Boden ist noch nicht einmal gewischt, das zählt nicht. Und ich sag zu ihm, als wir durch die Tür gingen, ladies first. Dann sagt er, ja geht, du hast doch gesagt, ladies first. Da war schlagfertig der Typ. Und das war so ein Typ, da saß er immer noch so da. Und als er aber schlafen würde, und dann kommt der Lehrer zu ihm hin, macht er so, also so, so. Und dann sagt er, hm, und dann sagt er, aha, er lebt noch. Oder, einmal, da hat dieser Schüler, ähm, sagen müssen, was auf, dem, auf dem Bild zu sehen ist. Und da sieht man Pferde, Soldaten, sieht man ein, äh, eine Guillotine, und dann hat man gesehen, wie der Henker den Kopf, das Könige Ludwig des 14. hinhält, um zu beweisen, der König ist wirklich tot, weil er den Kopf abgetrennt wurde. Und dann musste der Schüler, dieser Schüler sagen, was da, äh, äh, auf dem Bild zu sehen ist, dann sagt er einfach nur, ähm, Soldaten stehen mit Pferden rum. Ja, und dann gab es noch eine andere Lehrerin, und, äh, da hat sie irgendwas Schlimmes gesagt, was wir machen sollen, dann sagt der Schüler, ich sterbe! Und dann sagt sie, dann stirb leise. Oder genau dieser selbe Schüler hat dann auch zu gesagt, sie haben doch gesagt, ähm, Männer nicht, zwei Dinge gleichzeitig machen können. Männer können nicht, Kaugumme können gleichzeitig über die Straße gehen. Und dann sagt sie, ja, die klemmen sich den Kaugummi hinter die Backe, hinter den Backenzahn. Oh man, das war einfach so geil. Und das letzte, ähm, für heute, die Lehrerin hat gesagt, das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, wenn ich morgens keinen Kaffee hatte. Und wenn jemand zum Beispiel Widerstand mit IE schreibt, dann brauche ich gleich wieder einen Kaffee. Und, und wenn du dann irgendwelche deutschen Sachen in der Grammatik sagt, die Ausnahmen sind, sagt sie so, das ist eine Ausnahme im deutschen Kaffee-Alarm. Ja, zum Schluss möchte ich noch jemanden grüßen, und zwar Minister Senat. Du bist ein Ehrenmann, du hast mich motiviert, du hast mir Mut gemacht, du hast mir, du hast mir geholfen, mehr an mich selber zu glauben und du hast mir gezeigt, dass meine Videos gut ankommen, dass das, was ich mache, wirklich einen Mehrwert hat. Also, Grüße genausch an dich, vielen herzlichen Dank, dass du zu mir stehst und mir einen so motivierenden Kommentar gesagt hast, geschrieben hast. Vielen herzlichen Dank. Das zeigt mir einfach, dass meine Arbeit wirklich gut ankommt und wirklich es Leute gibt, die sich für die Widerlegung anderer Weltbilder interessieren. Vielen herzlichen Dank. Im nächsten Video habe ich vor, etwas zu ImanTV zu machen. Also seid auf jeden Fall gespannt. Das nächste Video kommt dann am Freitag hoch an dem Tag, wo dieses Video hochgeladen wurde. Das ist der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag dazwischen, weil am jeden dritten Tag kommt ein neues Video. Also am Freitag dann das nächste. Also freut euch drauf und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.